Bist du bereit? Wir schaffen das. Wir kriegen das hier in Periode, okay? P wie Pizza. Und da deine Lieblingspizza. Oh mein Gott. I wie Erdbeeren, okay? Du liebst Erdbeeren. R wie Rose. Heißt, du kriegst ganz viel Liebe von mir. Hier deine Rose. Nicht piksen, okay? I, ich. Passt am besten. Ich bin für dich da. Ich kümmere mich um dich. Ich bin bei dir. O heißt Ordnung. Ich kümmere mich. Ich mache alles sauber, wenn es nicht gut geht. Kannst dich hinlegen. Ganz ruhig entspannt. D wie Donut. Guck mal, extra einen Pinker hab ich gefunden mit extra Pinkerfüllung. E wie Entspannung. Hier ein aromatisches Bad. Was für die Haare, Gesichtsmaske und nochmal ein Bad. Wir und die Periode im Einklang.